Na, was ist? Wir haben es! Was? Den Prototypen vom neuen Nintendo Superset. Ja, mit drei Wahnsinnsspielen. Hier, Tetris und Super Mario Brothers und Nintendo World Cup. Super, super! Klasse Live-Action für vier Spieler. Dann muss Nintendo 14 Millionen auspuffen. Das gibt's doch schon überall zu kaufen. Ja, das neue Nintendo Superset. Die Action-Welt von Nintendo. Die Action-Welt von Nintendo.